Die lasse ich gleich reparieren und dann ist gut. Und nochmal bitte. Jo. Gut, rein. Alles da rein, alles da rein, 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 rein. Die koche ich auf. Die müssen jetzt hier repariert werden. Dann baue ich es wieder ab. Und benutze für die Verteidigung, die schon wieder am rumschreien ist, richtig. Ach ja. So, diese Linger sind fertig. Die teste ich gleich aus. Verteidigung sieht hier gut aus. So, gib mir bitte mal alles am landfill, was du so hast. Da. So. Und Alienlampen wollte ich auch noch bauen. Und die mal kurz raus, nimm die da rein und Alienlampen. Ich glaube, ich habe mir schon welche gebaut, so Türme sehen hier gut aus. Türme wollte ich da weiter bauen. Vorher allerdings testen mit dem Mitter. Ich baue den mal einfach da hin. Was? Was? Oh. Ähm. Fisch? Fisch? Hier, Fisch. Wo waren Fische? Nein. Gott verdammt. Ja, sie tun definitiv weh. Das ist schon mal gut. Könnte ich bitte meinen Fisch haben? Ich will mich jetzt nicht an die Wand rantrauen, solange ich nicht wieder volle Lebenspunkte habe. Da. Das könnte ich nicken. Ich finde es nicht. Sei es drum. Da muss ich halt einfach warten. Ich reiße dich mal kurz ab. Dadurch baut ihr euch jetzt auch wieder ab. Ja. Hast du keinen Strom? Okay, setze ich dich mal da hin. Es taucht nirgendwo irgendwas auf. Okay, dann setze ich jetzt dich. Oh. Warum? Warum? Verstehe ich es nicht. Warum? Achso. Oh. Ah. Okay. So funktionierst du. Stopp. Apply. Was auch immer. Weg. Weg. Also ich setze das Ding und von dem Ding aus wird es in eine Himmelsrichtung eine Wand projiziert. Okay. Das macht das Ganze sehr kompliziert. Das heißt, ich setze dich jetzt hier hin. Ja, aber mittig. Und ich habe gerade komplett keinen Strom mehr. Ich glaube, die Dinger brauchen ziemlich viel Strom. Vielen Dank nochmal für den Tipp, dass ich sie benutzen soll. Ganz viel Zeug, ganz viel Zeug, ganz viel Zeug. Und ich habe jetzt keinen Strom mehr, weil die Boiler kein Wasser bekommen und, 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 und. Die Alte Kettenreaktion, die ich nicht mehr haben wollte. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich irgendwas baue, was so dermaßen viel Strom verbraucht. Ah, die da haben kein Wasser. Das heißt, ich warte jetzt einfach mal, bis es Nacht kommt. Hoffe, dass kein großartiger Angriff kommt. Komm, komm, Tag, Solarzellen. Angriff. Okay. Ich bin nicht davon mal. Den Angriff machen wir selber. Wenn wir Plastik und Glas hätten. Wir haben jetzt ein Magazin für das Gewehr. Und dann müssen wir in der Schroplatte schießen. Nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Bestimmt nur ein kleiner Typ, oder? Ja, kaut noch was an der Mauer rum. Ist okay. So. Komm schon, mach... Moment mal. Warum ist Akku auf Null? Ach so, weil die Station da keinen Strom hat. Ja, jetzt ist alles normal. Weil das Ding keinen Strom hatte. Deswegen war es alles, glaube ich, durcheinander. Und jetzt hält das hoffentlich irgendwie nicht. wie jetzt. Es ist tagsüber. Ach so, die unten laufen noch nicht mit voller Kraft. Okay. Nicht, nicht schön. Ihr habt nicht genug Wasser. Warum habt ihr nicht genug Wasser? weil die Pumpe doof war. Ja. Das heißt, es lag gar nicht an dem Forcefield selber, sondern es lag daran, dass ich die Pumpe hier reingepackt habe und die Pumpe ist ein Bottleneck und da kommt nicht genug Wasser durch und deswegen war hier alles vermurkst. Ja. Das heißt, alles nur Mist. Das heißt, ich sollte jetzt das Ding nochmal aufbauen. Ich trau dem echt nicht. Das ist, nee. Nee, 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 nee. Bau bitte. Noch einen Liquid Händler. Jetzt brauchst du viel komisches Zeug. So, bitte gib mir noch Stein und Eisen und Kupfer. Holz auch, ja? Und Holz. Und Holz. Und ich muss dazu auch im Robo Einzugsgebiet sein. Und das dauert echt eine Weile um unsere ganzen Akkus inzwischen aufzufüllen. Okay. Ja, komm. Mehr, 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 mehr. So, Stein werden wir jetzt nicht bekommen, weil Stein unten nicht im Einzugsbereich ist. Doch, kriegen wir. Oh, genau. Bitte gib mir noch den einen Robo-Port. Den wir gebaut hatten. Der müsste hier eigentlich dabei sein. Nee, das ist ein Extender. Wenn wir auch immer die alle gleich aussehen. Bitte einen stinknormalen Robo-Port. Ein Geister wahrscheinlich. Sehe ich nicht. Komm, go, 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 go. Da. Okay. Das heißt, wir stellen das jetzt dahin, damit wir unten auch eine Abdeckung haben für die Geschichte da. Rum, 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 rum. Kein Strom. Kein Strom. Dann bauen wir jetzt einen Liquid-Händler. Dann brauchen wir eine Phantom-Fluid-Pipe. Und noch so einen langen Arm. Fast-Fast-Long-Hand-Inserter. Den ab. Und dann machen wir einen für Sand. Und der tut die nicht in der Fabrik, sondern direkt in, äh, nicht in die Kiste, sondern direkt in der Fabrik, um daraus Sandsäcke herzustellen. Und die Sandsäcke lassen wir dann hinfliegen zu irgendeiner Fabrik oben, die daraus den Sand noch herstellt. Was ist denn Strom, der ist mir echt zu riskant. Wir haben es jetzt zu häufig gehabt, dass der Strom einfach so schnippt weg ist. Das, das, das klappt gar nicht. Später, definitiv. Wenn wir rumprobieren wollen und so, aber jetzt will ich gerade nicht rumprobieren. Während ich hier am Rumpfusen bin, kann ich die Türme schon mal aufbauen. So. Dum dum. Die ganze Blutgeschichte habe ich immer noch ignoriert. Sollte ich auch bei Zeit mahnen gehen. Und das sieht doch schon langsam ganz gut aus hier. Also die Mauern sind noch ein bisschen beängstigend, weil es halt nur ganz kleine Steinmauern sind. Aber was die Türme angeht, haben wir langsam wenigstens diese zwei pro Pfostenabdeckung, die ich gerne haben wollte. Das ist beruhigend. Etwas zumindest. Ich sollte auch dafür sorgen, dass meine private Verteidigung ein bisschen besser wird. Also Munition. Munition wäre echt chic. Dafür bräuchte ich Glas und Plastik. Und ich brauche unbedingt mehr Gelugstie Slots. Das geht so gar nicht. Ich hätte gerne Glas und ich hätte gerne Plastik. So. Gut. Ich hätte gerne mehr Akkus. So. Akkus füllen sich sehr gut. Was ist mit Robotern? Sind alle immer noch ausgelastet? Wegen der Metallaktion, die ich hier oben gemacht habe, ne? Ja. Bitte fordere mal an. Ich hätte gerne durchgehend gelbe Kisten. Normaler. Nicht extra large. Was machst du da? Stinknormaler gelbe Kisten sind unten. Da. Wobei da auch schon vorgeschlagen wurde, dass ich die MK2 ja davon erforschen sollte. Um das hier ein bisschen größer zu gestalten. Aber wir haben schon recht viele Sachen hier, die voll sind. So. Das sollte jetzt aber reichen. Und das reicht auch hier. Die kannst du da reinschmeißen, wenn sie da schneller beschränkt. Okay. Wie schaut's bei euch aus? Sollt ihr langsam auch mal leer? Nö. Okay. Dann helfe ich euch mal Robotern. Ich habe ja gerade ein dezent leeres Inventar. Und schmeiß das alles hier rein. Und währenddessen sollte ich privat auch noch was bauen, hm? Bau mal... Merkur besser drauf. Puh, richtig schnell. Wie viel haben wir eigentlich? Immer noch 76.000. Aber wir sind auch nicht an der schönen 100.000er-Grenze. Aber relativ nah dran. Blup, 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 blup. Und trotzdem sieht sie irgendwie eng aus. Hm. Okay, 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 okay. Alles voll. Forschung, Logistik, so 20. Da. Da, Logistik, so 3. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So. Gefühlt nicht so wirklich viel geschafft in den letzten Folgen. Absolut nicht viel geschafft. Aber wir haben wieder mal die Krise überstanden. Und so kleinen Kram gemacht, wie die Verteidigung weiter ausgebaut und dergleichen. Habe ich jetzt genug für die Batterien? Nee, wir haben kein Glas. Stimmt, das können wir noch kurz zum Ende dieser Folge machen. Den Liquid-Händler aufbauen für die Sandgeschichte. Das wäre es du. Du machst bitte Sand. Wasser kommt hier in die Phantom-Pipe. Und du kriegst diesen komischen da, um das da reinzulegen. Und ich fliege, mach das doch mal mit den Robotern. Aber es wird eine rote Kiste, keine Lieder, ne? Weil ich hoffe, dass nicht ganz so viel davon geflogen werden muss. Ja, mal gucken. Also ich bräuchte jetzt einen Schmelz-Ofen, der Glas für mich macht. Guck mal, ob ich da oben noch Platz dafür habe. Bei den Schmelzdingern da, aber müsste eigentlich okay sein. ein Electric Furnace ein Electric Furnace Mk2, falls noch vorrätig und wenn nicht, dann bitte ein Electric Furnace Mk1. Das wäre wahrscheinlich ein Mk1er sein. Da. So, tu den da hin, dich da hin, dich da hin. Du hättest gerne Sand. Was, ne? Für Roboter nicht so toll zum Fliegen ist, aber ich brauche davon keine 5000, ich hätte davon ganz gerne nur 50. Und dich hätte ich gerne auf zwei Stacks beschränkt. Das sollte die Flugzeit der Roboter schon mal arg beschränken. Vorher war das Problem halt, dass ich öfters zigtausend angefordert habe und dann haben sie auch wirklich zigtausend hingeflogen. Das ist nicht so schön. Aber wenn es jetzt wirklich nur für Glas ist, dann sollte das so okay sein. Gut. Wer damit? Wer, wer will Glas haben? Warum wird hier Glas geklaut? Hä? Ah, für die grünen Chips war das. Okay. Ja, trotzdem hätte ich auch ganz gerne was für Eigengraf. Dafür nämlich. Auch wenn die Batterien recht lange halten, aber nein, sicher ist sicher. Grünes Zeug und Batterien. Ja, ist alles machbar. Gut, das hätten wir auch geregelt. Da unten das vielleicht noch beschränken. Ja, ist okay. Gut. Nächste Folge weiter Strom, 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 Strom. Und diese Kleinigkeiten, die ich jetzt schon zigmal aufgelistet habe, also das nach Kohle wertig verlegen, das hier vielleicht weiter ausbauen mit noch einem, der irgendwas anderes herstellt, aus Wasser und Automatisierung. Ja, das mit den, oh stimmt, die Sandsack-Geschichte muss ich auch noch machen. So, relativ schnell, damit wir alle normalen, wenn wir die Sandsack-Wände ersetzen können und danach, wenn die Sandsack-Wände stehen, dann können wir gerne noch mal mit den Kraftfeldern rumexperimentieren, weil es lag wohl wirklich eher an der Pumpe und nicht an den Kraftfeldern, die sie verbraucht haben. Äh, was wollte ich jetzt hier unten? Beschränken? Ja, beschränk dich mal auf einen Stack, das sind 5000. Das sollte okay sein. Die kannst du mir mal geben und mach daraus komplett Lendfil. Ja, das Lendfil-Ding würde ich demnächst auch ganz gerne machen. Also, dass ich diese Linie hier einfach weiterziehe bis nach da ganz hinten, damit ich mir echt langsam keine Sorgen mehr um Platz machen muss. Das ist zwar dann auch extra Aufwand, weil wir noch extra Mauern brauchen und wir mehr Fläche abdecken müssen und sichern müssen, aber das ist mir wert und das sieht wesentlich schicker aus. Ja, äh, eventuell ich habe kurz mir den Gedanken gespielt, einen Zeitraffer zu machen, bis ich genug Ressourcen habe für bessere Stromversorgung, aber das brauche ich nicht, einen Zeitraffer zu machen. Ich brauche eigentlich nur eine Automatisierung für die MK1 Solarpanels, MK1 Akkus, MK2 Solarpanels, MK2 Akkus und da werden die nebenbei hergestellt. Ja, so, sehr schön und ich habe jetzt die 3er Logistik-Slots, da kann ich noch mehr Sachen anfordern. Das ist auch gut. Ja, läuft soweit, ein paar Holpersteine zwischendrin, aber das kriegen wir schon hin.